Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky und ja, wir haben uns letztes Mal hier aufgeladen. Wir sind ziemlich weit vom 1,17. Hier war doch gerade noch so ein Fragezeichen. Und hier hätten wir 1,30. Ja, das haben wir hier das letzte Mal gefunden. Und da gab es noch einen Anzug für uns, einen Verbesserung. Okay, jetzt habe ich die Luft, äh, die Luft und das Licht ausgeschalten. Hier kann man noch mal speichern. Auch sehr schön. Von mir entdeckt. Ich weiß, von einem Entdecker. Und wir brauchen immer noch dieses L-L-L-Tinitum. Obwohl ich mir jetzt langsam... Wie weit ist es jetzt weg, dieses Caf? 11,27 1,23 und was war es noch? 1,23 und ja Da würde ich dann nämlich mal sagen, dass wir uns dann vielleicht sogar mal auf den Weg machen zu diesen Dorf da Vielleicht haben wir ja sogar Glück und kommen da hin Weil gerade mit dem Rausschiff fliegen können wir noch nicht, weil wir brauchen noch Stoffe Und wie wir die Stoffe bekommen Habe ich noch keine Ahnung, aber wir müssen dann auf jeden Fall erstmal Richtung Raumschiff Das steht fest Mein Problem ist Neue Technologie entdeckt Stahl Stahl Stahlaufpralltaub Fazerstrahlen Aha Sehr schön Bauplan für fortgeschrittene Külum-Tea bereits bekannt Wir wollten jetzt dahin, ne? Mein Gott Und hier haben wir noch so ein Vieh Die kann man füttern Das ist auch sehr schön Was ist das denn? Äh, Nacusiamafoku Keine Ahnung Schwankend Ungleichmäßig Ängstlich Was? 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 Ungleichmäßig Temperament Nahrung Weidekreatur Guck mal, was ist das? Guck mal hier Wie das läuft Aber wie cool das ist Da müssen wir aufpassen, es gibt natürlich auch Kreaturen, die angreifen Das ist also alles auch wiederum nicht zu spaßen Was ist das da drüben? Kann man das zoomen? Was ist denn das? Was ist das? Zum zoomen R3 Da ist ein Gebäude, da sollten wir mal hin Da sollten wir auf jeden Fall mal hingucken, was das ist Aber ich wollte das Fragezeichen, was schon wieder aus meinem Blickwinkel verschwunden ist Wo ist dieses Fragezeichen hin? Boah Das ist schon leicht nervig, wenn man immer wieder aus den Augen verliert, was man überhaupt machen wollte Was ist das, bin ich jetzt da vorbeigelaufen? Nee Ah hier Ist es das? Ah hier, da hinwollen Komatz, unentdeckend, aufpassen Habe ich das Triol geflogen oder was? Nee Hä? Da wollten wir hin Ah okay, wir haben hier wieder irgendwas rumstehen Hier können wir speichern, das machen wir dann später Gucken wir erst mal, was wir hier alles haben Titan Okay, dazu brauche ich eine Waffe Gesundheitsstärkung Glutonium Okay Okay, das war nicht so eine gute Idee Nicht gleich hauen, nicht gleich hauen Warte mal, warte mal Oh Was zum Joah, nachladen Okay, wir müssen aufpassen Glaub ich dir die einfach zerstören? Ich hab keine Ahnung Ach guck, jetzt haben wir schon Level 2 Ach du Scheiße Wie kriege ich die Drohne da? Zerstöre die Drohne, bevor sie weitere alarmieren Aha Ja Ja, dazu sollte ich immer schön im Nachlademodus bleiben So, Nummer 1 ist gedingst Alter Boah Alles okay? Ja 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 Okay, wo war nochmal das Fragezeichen? Da Alter Schwede Das selten jetzt erst nochmal Ein Reise, mein Neuling Ein Wächter zerstört Okay So, jetzt haben wir erstmal hier wieder gespeichert Okay, wir haben dadurch jetzt Titan bekommen Nichts gefunden Ich sünde jetzt auf Maximum Scheiße Ähm Wir müssen gucken Wir müssen gucken Wir müssen gucken Hier, das Aufladen Komm mit Titan aufladen Oder mit Zink Okay Geck Amulett Glückspringer Amulett Das von vielen galaktischen Händlern getragen wird Okay Okay, wir könnten das hier eigentlich auch mal aufladen So Und das können wir noch ein bisschen aufladen Indem wir ein bisschen Titan reinschweißen So, jetzt gucken wir rein Und hier drin haben wir faszinierende Perle Trümmer Was ist denn dieses Atlas V1 Was ist denn mit diesem Atlas überhaupt Was ist denn das Units Hier kann man jetzt sehen Was wir für Tiere entdeckt haben Hier, das ist dieser Umbenennende Hochladen Mhm Die Sachen haben wir Ach guck mal Das kann man ja noch alles entdecken Okay Okay Verstanden Müssen wir weitergucken Reise Aufbruch Mhm Wie sind die ganzen Errungenschaften Scannen, Bewegen Ja Bildschirm Helligkeit Stabilität Ähm Genau Was ich zum Beispiel haben wollte Keine Ahnung Kann man hier nicht irgendwie ändern Was ist mit diesen Was hat das mit diesen Dings auf sich Mit diesen Atlas 1 Ich meine wir haben ja den Atlas schon Muss ich den Finde ich den vielleicht in den Kaff dann Oder was Hm Keine Ahnung Ich Wo wollte ich den jetzt überhaupt hin Wir wollten jetzt zu dem Zu dem Ah Wo ist das denn So ein Sprach Dings ne Wissenstein Aufspürung Ja gut okay Jetzt kann ich so Wenn ich da jetzt wirklich nur ein paar Worte kennenlernen Wie soll ich denn dann Aufpassen Aua Ah Au Aua Aua Wir wollten zu diesem Da wollte man hin Genau Okay also um Irgendwelche größeren Sachen Zu zerstören Aber definitiv neue Waffen Weil wir diesen kleinen Pipa pipa pupa pipa 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 Kommen wir nicht weit ich denke mir dann aber auch mal dass wir dann später ich bin mir nicht sicher aber ich glaube wir können dann später uns von ort zu ort auf dem planeten herumkleiden lassen ich glaube von stand auch irgendwas mit teleportieren und deswegen ist das würde teleportieren vor uns kam habe ich irgendwie das gefühl dass wir dass ich hätte mich schon lange wohin teleportieren können und ich gleich wieder die kommentare unten oder dass ich vielleicht in den kommentaren jetzt stehen habe wie blöd ich mich daran stellen aber wir können den planeten hier so ein bisschen durchsuchen was ist das immer real neutral der falsche strahl mit reisemeinstellung so einfach geht es weg das ist doof mit dem mit dem mit dem inventarplatz hier im exo anzug was kann man denn noch mal das kann ich ja gar nichts machen ich könnte hier so wieder aufladen oder das bringt doch nichts was könnte ich denn mal zerstören ausrangieren hier mal die perle damals schon so viele und dann später brauchen wir die unbedingt und dieses emeryl ist das immer bloß ein nimmt das ein platz weg oder was was ist denn dieses emeryl wir nehmen uns das mal mit wir schauen mal was das ist natürlich kann man jetzt am anfang nicht alles wissen aber wir sind jetzt hier beim gebäude jetzt bin ich mal gespannt was das hier ist warte mal immer 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 was warte mal bin ich jetzt blöd ist das das was ich brauche ich baue hier abhielig moment warte äh falsch falsche taste ist das das was ich brauche nee das war ja richtig oh man aber zink habe ich ne ich brauche echt nur noch das heridium finde ich das denn kann ich denn wie kann ich das angucken da drüben das heridium keine ahnung das sieht aber eher aus als könnte man das basteln das ist kraften oder so aber hier ein überbrückungschip erforderlich ok ja wenn du wo kreuzung soll man vielleicht mal ein scan durchjagen super jetzt wollen wir den inventar nicht voll werden kann man speichern geknippt ich will nicht dass mein inventar voll ist sauweil das kann man wieder aufladen ja das kann man immer wieder aufladen trotzdem haben wir jetzt nichts zum eisen finden wir doch eigentlich überall oder ja ich möchte jetzt schon wissen was hier drin ist shield splitter das kann man immer noch mal was ist ich möchte jetzt nicht mal die 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 den die Ja, kann man. Ich kann mal ein bisschen umgucken. Okay, kann man nichts machen. Ah, okay. Aha. Okay, was ist das hier? Exemplar erforschen. Dein Ansehen hat sich verbessert. Kohlenstoff, okay. Kohlenstoff. Schilder auf Maximum. Okay. Vielleicht treffen wir ja jetzt hier dritter mal jemanden. Noch nein. Atlas Pass V2 nötig. Mann. Wo krieg ich den Mist denn her? Ein vor langer Zeit aus einem fernen System gesendetes Signal erwartet meine Antwort. Über einem leeren Eingabefeld sind drei Zahlen zu sehen. Ich denke, ich weiß, was als nächstes kommt. Ach so, 1-7-0-2-1-1-7-0-2-1-0-2-1-7. Und dann müsste ja das andere... ...das sein. Ich entdecke einen Ort. Nein, ich entdecke mich. Nein, ich entdecke mich. Okay. Ich scanne mal wieder das Gebiet. Dann haben wir hier hinten wieder so eine... ...ne Ruine. Mhm. Okay, na super. Aber trotzdem... ...wie kriege ich dieses V2 und wie komme ich zu meinem Raumschiff zurück? Hier brauche ich wieder so ein Überbrückungsgedöns. Auch. Okay. Ah, da geht es auch noch mal rein. Juhu. Was haben wir denn hier? Multi-Werkzeug-Technologie analysieren. Neue Technologie entdeckt. Strahlenfokus. Sigma. Boah, leck mir da die Sekte. Das gibt es ja noch eine Haufenweise hier. Schild wiederherstellen. Das ist schlicht. Okay. Also man findet hier auf jeden Fall viel, um seine Sachen wieder herzustellen. Ah, aber da oben ist das sowas... Da oben ist das sowas Blaues. Ja. Ja. Ist das vielleicht dieses... Da tut sich gar nichts. Schön. Und ich bin wieder in so einer doofen Höhle. Ich will da aber nicht rein. Na gut, das kann man sich merken. Hier geht es gerade nach hinten. Platin. Was könnte ich die Technologie installieren? Was ist denn das hier unten? Elektro-Dampf. Überbrückungs-Chip, da bräuchten wir auch noch Eisen. Das habe ich ja wieder nicht. Da könnte ich ja überall den... Das ist ja ein interessantes Höhchen, wenn es bloß in eine Richtung geht, ist das okay. Dann können wir da mal reingucken. Jetzt geht es hier schon wieder los. Das sind die ganze Zeit auf dem einen Planeten hier. Ich denke mal, das liegt wieder bloß daran, dass ich mich zu doof anstelle. Ne, ich gehe jetzt nicht weiter in die Höhle rein, weil ich ganz genau weiß, dass ich mich wieder verlaufe. Ich kenne mich doch. Na, niedrig auch nicht, aber niedrig ja. Ne war. Oh, einen kurzen Moment. Krabbelt kurz durch den Rücken. Ja, wir können ja weiterlaufen. Ja, ich glaube, ich sehe gerade aus, weil ich bin gerade mal ganz kurz. Ach, so. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, das hat mich jetzt echt überfallen. Ich muss jetzt mal zurück zum Raumschiff. Dann kriege ich Inventarplatz leer. Und da können wir vielleicht schon wieder was anfangen damit. Ma, warum bin ich denn nicht eher drauf gekommen? Weil was mich jetzt interessiert ist, dass wir vielleicht wenigstens von Ort zu Ort kommen, anstatt hier, ne? Die ganze Zeit hier so rumzulatschen. Obwohl mir jetzt auch wiederum bewusst ist, dass das ein ziemlich weiter Weg wird. Ja, wie kann ich denn da hin? Kann ich da? Aber wir sind näher am Raumschiff als vor. Es ist ein bisschen die kleinen... Egal. Wir machen mal Richtung Raumschiff. Und repairen mal das eine Ding. Vielleicht bringt uns das jetzt schon ein bisschen weiter. Weil so geil die Insel... Äh, die Insel, die da Planet ja auch ist. So ein kleines bisschen hätte ich schon Bock. Ich sollte vielleicht mal noch ein bisschen Eisen holen. Weil dann könnten wir vielleicht sogar mal noch so ein Überbrückungs-Chip basteln. Ähm. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht. Komm, lad nach. Alter. Ich will nochmal eins. Nachladen. ok wir haben es möchte einheit deaktiviert ok ich würde jetzt gerne nochmals probieren und dazu müsste ich hier wieder irgendwas muss ich auch sagen und zwar hier was ist das ausdauersteigerung es braucht man dazu eisen und kohlenstoff ach jetzt ist es dann auch wieder doof auch wieder doof plutonium geht man überall her titan ok ja das soll ich schon wieder ich wollte so ein überbrückungs chip haben ich bin ja doof das sind vier eckte zu trinken so genau produkt hergestellt jetzt können wir ganz kurz zurück und schauen wir was man gefallen ist mit dem dings anfangen kann reiseweilen steigend entdeckt ne schläger fünf wächter zu stoppen wir haben herauf so zack noch ist interessanten punkten in der nähe suchen ich würde sagen koloniale außenposten klingt doch gut operations zentrale entdeckt ok ok super wir laufen jetzt zum schiff quatsch echt ach wir sind ja schon wieder mein gott also liebe freunde hier ich würde sagen wir machen uns dann weiter morgen auf dem weg zu unserem raum schiff und sehen dann dort mal weiter was wir so basteln können und dann gehen wir einfach würden wir das bastelt haben und wir kommen nicht irgendwie weiter dann würde ich sagen drängen wir uns mal bis zu den und dann würde ich sagen gehen wir mal richtung diesen roten oder da wie weit ist das eigentlich entfernt soll man das noch mitnehmen soll man die ruhig wir werden die ruine noch mitnehmen das ist noch interessant und dann gehen wir ab zum flugzeug komm schon ich würde ich gern scannen ich glaube die sind zu weit weg oder ach so man kann da näher an so wo ist denn der punkt wo ist das blöd gemacht wo ist das blöd gemacht ja komm schon da ist das schwierig hallo kommen die eigentlich auch mal runter ich will so ein scheiß vogel abscannen geht nicht ok da würde ich sagen wir machen morgen nochmal richtung ruine dahin und dann geht es ab zum raumschiff da würde ich sagen erstmal vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns morgen wieder bis denn tschüss 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 tschüss